Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Endlich mal wieder, glaube ich, weil jetzt ziemlich lange kein Video mehr kam. Ich weiß nicht warum, ich hatte einfach nicht so die Motivation dazu. Und jetzt sind auch Ferien. Bedeutet, ich werde versuchen, Daily Vlogs zu machen. Ich versuche jeden Tag jetzt ein Video hochzuladen, aber ich weiß nicht genau, ob das klappt, weil ich meine, ich erlebe nicht jeden Tag was Spannendes. Ja, auf jeden Fall ist Jan zur Zeit hier. Der ist jetzt noch eine Woche oder so, ist der da. Der fliegt nächste Woche Freitag wieder nach Berlin. Wer Jan nicht kennt, der ist der Android-App-Entwickler von meiner App. Wer meine App noch nicht kennt, der kann gerade hier oben nachschauen und sich die gerne runterladen. Die werden wir jetzt treffen. David ist auch in der Stadt und die sind gerade in so einem Café. Dann weiß ich auch nicht, was wir heute noch so machen. Ich habe nachher noch einen Friseurtermin, zu dem ich auch hingehen werde. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach direkt los. David ist auch nur noch heute da. Der ist ab morgen in L.A. für einen ganzen Monat. Äh, ja. Das ist Paxarell. Ihr kennt ihn vielleicht noch. Also, ich habe jetzt hier Jan und den Davidson getroffen. Und ich gehe jetzt erstmal zum Friseur, weil ich in 10 Minuten Friseur habe. Und ihr seht, es ist ein bisschen lang geworden. Und danach, was machen wir danach? Spontan. Spontan. Und genau, das gerade eben war Philipp. Das war, wer den noch vielleicht aus einem meiner letzten Videos kennt, wo ich meine App vorgestellt habe. Da war er als Beispiel. Und zwar war er der aktivste Nutzer meiner App. Und dann ist er mit Jan hier runtergekommen, hier runtergefahren. By the way, App ist in der Beschreibung. So, also Friseurtermin ist heute doch nicht. Ich habe mich da, oder meine Friseurin hat mir aus Versehen geschrieben, dass es Freitag ist. Dabei ist es Samstag. Deswegen ist er erst morgen. Ja, und jetzt wissen wir gerade nicht so ganz, was wir machen wollen. Weil es ist halt nicht so geiles Wetter. David, was machen wir hier? Leckeres? Ja. Hallo. Fertolkens, doch kaffe ich. Nein, hier. I'm sorry. Oh, 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 I'm sorry. Wir sind jetzt hier gerade bei Jan im Apartment und wir haben gerade eben Edeka und im Allnatura eingekauft für pochierte Eier. Deswegen fahren wir jetzt zu mir und machen ein paar pochierte Eier. Das Wetter ist jetzt irgendwie doch noch saugeil geworden. Es ist mega blauer Himmel, Sonnenschein und das ist super. Wir sind jetzt bei mir zu Hause angelangt und haben jetzt alles hier, um pochierte Eier zu machen. Wir haben Lachs gekauft, wir haben so Solundees gekauft, wir haben so kleine Toastbrötchen gekauft und jetzt werden wir alles vorbereiten und machen. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich filme, wie wir das machen. Eigentlich schon, aber ich meine, wir haben jetzt hier acht pochierte Eier liegen mit schon fertigen Lachsbrötchen und da kommen jetzt die pochierten Eier drauf und dann kommt noch ein bisschen Soße Hollandaise drauf. So, und damit war es dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wir sehen uns, denke ich, morgen wieder. Wir gehen morgen aufs Boot. Ich habe morgen meinen Friseurtermin und ja. Hier führt es gerade zu meinem letzten Video. Hier könnt ihr mich abonnieren und hier findet ihr zu meiner App, über die wir auch heute geredet haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Lasst einen Daumen hoch da. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.